Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge Let's Play Prey in der SIG Mod Version. Ja, dann gucken wir doch mal. Hier hatten wir doch irgendwie ein Kind gehabt. Ja, hier bin ich ja hergekommen. Und jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt geht's hier durch. Ja, dieses rückliche Kind. Dieses Lichtkind. Hier geht's nicht weiter. Was sagst du mir, Thelman? Ah, da oben ist was. Da ist wieder ein Portal und hier haben wir wieder etwas zum Dimensionswechsel. Mal eben auf den Boden fallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, man muss immer oben, unten, rechts und links gucken. Das ist echt übel. Okay, hier durch. Ich... But this is creeping me out. Ja. No one hears you. Keiner hört dich. Okay, mal gucken. Hier ist doch irgendwas im Busch. Ich will. I want to go home. No, 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 no. Und jetzt? Was passiert jetzt? Aha. Hier oben ist nichts. Okay, nochmal frisch aufgeladen, denn sicher ist sicher. Okay, hier haben wir noch ein paar lebendige... Was steht denn da drauf? Oh Gott. Go home, go home. Oh, Feuer. Muss doch gleich hier was passieren. Was ist denn das hier? Okay, das ist nichts weiter als nur Licht. Muss doch gleich was getriggert werden. Okay. Hier auf der Plattform. Das kann wirklich nicht gut sein. Kinder, die mich angreifen. Das ist ja übel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die... Ob die überhaupt... Schaden nehmen, wenn ich sie... anschieße. Okay, sie hat geschrien. Die sind aber ziemlich übelst drauf, die Kinds. Na ja, mal gucken, vielleicht schadet es ja mit den Teilen hier. Ich glaube, das bringt nichts. Oh shit. Ah ja. Wie krieg ich die blöden Kinder bloß weg hier? Das ist echt übel. Muss ich wieder hier nach Leben schießen, also nach Energie, sagt. Super klasse. Das wird nicht viel. Was? Am besten. Ich gehe mal da hin, wo sie mich... nicht von hinten nutzen können. Oh, ich kriege echt Gänsehaut. Das ist schon wieder kurz vor. Oh Mann. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Kriege ich die überhaupt noch weg? Ich brauche rote. Ich brauche rote. ach jetzt habe ich noch nicht mal waffen mehr das ist jetzt echt übel was stand da eben habe ich jetzt nicht hey du hey du hey du ja ja ich ich kann mir jemand mal verraten wie das hier weitergehen soll ich renne hier ah man man aber auf jeden fall auf jeden fall kriegt sie schmerzen ach das bin ich selber ja super geil man wenn ich keine roten kriege was sollten denn ist ok jetzt bin ich irgendwie weitergekommen bruchlandung alles klar ok ich musste mal eben was machen deswegen gab es hier eine kleine verzögerung oder kleinen ruck so sollte ich hier in meinem spirit heinz mal was verschieben mein kleiner falke hilft mir dabei wieder etwas zu aktualisieren aber hier kommt noch einer und schießt mich ich habe keine dinge mehr da muss ich mal wohl hier ach wo ist er denn noch bei ja nicht getroffen noch einer aber hier ist noch irgendwo einer zu viele okay schutz suchen ach schaut einmal guck ich muss mal von der laser aufpassen dass mich der laser oben an der decke nicht ok hinten ist er so ich hoffe so was steht da hier aufschlacht wird bearbeitet ok kann ich nichts machen da brauchen wir hier ein bisschen was aufschlagen ich könnte glaube ich irgendwo noch was saugen saug family saug ja übersetzt mal bitte mein vogel jäger nicht die proteinernte stören alter schwede ach da ist was zum saugen ok weiter geht's vögelchen so auch drauf wird bearbeitet hier bin ich her ja und wahrscheinlich muss ich wieder nach oben nee was ist das wartungssystem aktiviert wartungssystem deaktiviert ja muss ich nach oben gucken gibt es hier irgendwie was zum umstülpen ach da wird bearbeitet was mache ich jetzt ähm nein ja hier bin ich ja durch wegen des schildes alles gut dann gucken wir mal weiter okay das war das ach hier haben wir was zum klicken okay was haben wir hier ah ja okay ja guck dir das gut an talon okay also hier müssen wir auch wieder durch irgendwas zu aktivieren deaktivieren naja ich finde das gut dass ich so einen schönen falken habe der mir hilft alles klar kraftfeld aktiviert was deaktivieren dann kommen wir hier auch wieder durch so und ich glaube dass irgendwelche angreifer wieder aus der ferne kommen noch einer da hinten ist noch einer naja gut gemacht so was haben wir hier kommt übersetzt mal was heißt das kraftfeld deaktiviert okay kann ich auch nicht mehr da war ich doch also ich muss fünfmal umdenken so hier kann ich wieder irgendwas mit saugen machen warum denn eis das ist ein bisschen komisch jetzt ist das besser als das was ich im roten eben hatte das rote fand ich irgendwie besser acht und liebes bisschen diese absturz stelle hier sprit gucken gibt es irgendwas ok jetzt muss ich bestimmt hier runter auch schön im glück gehabt ich muss warten bis ich ein bisschen regeneriert bin hilfe ich glaube das ist besser mal lieber speichern jetzt hier was 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 ist hier los verdammte hake von was bin ich jetzt gepackt worden ich überhaupt nicht gesehen das ist blitz ist das manometer das ist ja übelst gibt es noch ein paar rote hier dass wir mal schön wo kommt jetzt wieder was von oben der komischen ballons an ok macht jetzt habe ich das rohr angeschossen wo bist du ich habe zu viel waffen muss die umliegende energie die waffe dann sozusagen hier aufladen kriegt man echt herzklopfen hier bei dem spiel wo ist er denn ach da unten ist ja auch noch einer nein hier ist noch irgendwo einer orientieren was ist das Jesus Christ ok rechts seht ihr dass die waffe sich auch regeneriert so ein bisschen ja nee das ist reserveenergie würde ich mal sagen ok erstmal gucken da ist einer ok nee ich muss wieder warten ok habe ich nur jetzt ja scheint wohl ok komm besorgen wir mal ein bisschen was das ist bestimmt blitz so gucken ob hier wieder so giftige ballons sind na da ist noch einer sollten wir mal noch na den habe ich noch nicht so ist er hin nein der ist immer noch nicht hin sehr gut so armory ammunition weiß ja nicht was hier los ist so das ist wieder ein hinweis dafür dass ich hier wieder meinen meinen indianischen geistesfähigkeiten aktivieren soll kann ich das eigentlich aufnehmen tatsache da gibt es auch wieder ein portal was heißt denn das hier aha das heißt also es ging meinen fahrstuhl nach unten ok da gehen wir mal runter ja genau richtig gehen wir mal wieder hoch hilfe 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 okay okay oh das ist das nächste portal ach dann werde ich mich hier mal an dieser stelle mal bei einem henning becker bedanken der fleißig kommentiert und ich sage scheiße jetzt bin ich eingesperrt irgendwie aha okay alles klar ich gehe mal tief runter hier aha okay dann gehen wir mal wieder einen drauf okay alter Schweden jetzt hier weiter natürlich nicht nein so Talon übersetzt mal kurz was steht da warning Jäger dürfen nicht mit protein spielen okay gehen wir mal hier zum waffenschrank ja gibt es ein bisschen was zu holen so Talon übersetzt mal bitte das protein ist für die mutter alles in butter okay ups wieder solche piepels an hier okay na ich werde mal nochmal nachholen ja von hier aus sind wir gekommen hier geht es nicht weiter hier muss ich durch das heißt also ich muss meinen Spirit wieder Moment was nie wieder los stopp ich kletter mal hier durch wenn ich hier reinkomme ich komme hier rein okay oh ne ich bin ja voll so jetzt bin ich wieder zurück im körper aber ich kann hier bestimmt oh hier gibt es was aufzuladen giftgrün na ich bin noch nicht nah genug dran nee das ist was anderes was ist denn das nur ne grüne beleuchtung oder Leute guckt euch mal diesen Kiefer als Türbogen an das ist ein Spiel weiß ich nicht das ist das ist ja wirklich das das hat er sogar getan perfekt mal gucken wir erstmal was im tv läuft mhm Zombies die dritte mhm Hilfe Hilfe Talon übersetzt mal bitte bist du überhaupt hier ja mein Vogel ist nicht da doch protein ist für Mutter ja okay ja mal diese Knatscheffekte hier super geil hört sich an wie sapschiges Leder schnell schnell verborgener schnell schnell wie was heißt das verborgener schnell schnell was soll das jetzt heißen verborgener schnell schnell so ähm schauen wir mal ach du liebesleute Läuschen einer mal guck schauen die kommen wir nicht durch das sind also feste Glasscheiben denke ich mal und ansonsten gibt es hier auch keinen hint okay äh das ist also ist das jetzt die Spiegelung von dem oder was oder was wir gehen einfach mal durch aha wir sind hier sozusagen in einem Zwischenraum wir haben auch genug Saft jetzt soll ich hier was drücken aha also Cube lässt grüßen und auf der anderen Seite sehe ich das richtig ja hier haben wir nämlich auch wieder so ein Maul aha so und schalten wir nochmal rüber ah ja alles klar nur um das auch mal gesehen zu haben ach ist das geil so und du hast mich eben gerufen hey hey komm rüber oder wieder was oder was oder wie okay weißt du was ich werde dich mal hier oder euch mal hier mal hier kurz raus märzen jawohl weg sind es ah hier gibt es noch was ah man sollte immer aufpassen was soll ich das Ding jetzt hin ist irgendwas was mich noch nervt alter Schwede so es liegt ja hier nicht umsonst diese dieses überraschende hier rum was war das denn ah Mist super geil diese blöden Zipperchen hier die nerven oder es hat mich irgendwas wieder aus einer Popperze getroffen ich weiß es nicht okay weiter geht's weiter geht's was muss ich denn hier machen die Pille hier irgendwo hinrücken bestimmt hier oder was nee ich glaube die lag nur so zur Deko ja alles gut okay dann wird es hier weiter gehen was sind das für Teile Arme Peoples aber das sieht aus als wäre das hier wieder ein Kraftfeld oder eine andere Scheibe okay dann wollen wir mal wieder hier saugen gehen alter Schwede so ah sieht übel aus hier müssten wir sozusagen wieder durch kommen wir denn wieder irgendwie von hier aus durch ja kommen wir so was steht hier Teilen übersetzt mal bitte Teilen übersetzt hier mir nicht bis jetzt stoppen wir hier sowas ja okay gehen wir mal wieder zurück hier steht eine Zahl geh mal hin steht da 1893 Mutter züchtet gesegnet sein sei die Mutter aha ja nur mal messen hier was stand da eben 16 nee 18 shit da müsste ich noch ein bisschen in den Einstellungen was machen um das noch mal zu erkennen was das ist aha mhm so aha ja ja jetzt dann komme ich hier durch nochmal gucken ja weil im Spirit-Modus kann ich das gar nicht lesen ne ich bin ja auch doof Teilen übersetzt nochmal bitte dann kann ich das hier im Zoom-Modus lesen achso ich kann auch rein so so was steht hier 16 23 ok 16 23 wäre dann hier einzugeben ich schätze mal dass das hier die 1 ist Teilen kommen her gut nee ist die 0 also 1 zack 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 na also klappt doch der Stelle werde ich mal speichern uah ach gucken was hier wieder ist da ist doch wieder so ein da ist was dazwischen da fällt einer runter ah ja wieso habe ich ihn vielleicht mit vorne rein abgeschossen habe ich doch geahnt dass da so ein Laser da ist ok kaputt nicht das Alarmsystem an das ist jetzt muss ich doch hier für ein wo ist meine und tschüss wow na ach hier gibt es ja was zum umdrehen was ist hier ne das ist da war doch bestimmt noch ein people irgendwo ok da war da na wo bist du denn ne ne ist er wieder so jetzt ist er weg ich habe immer noch Herzklopfen das sieht echt übel aus ja Leute werde ich bis hierhin mal weiterspielen kurz abspeichern und ich bedanke mich dass ihr euch wieder eingeschaltet habt schaut auch bei der nächsten Folge vorbei gebt mir einen Daumen schreibt einen Kommentar abonniert mich tschüss euer David